Jetzt habe ich doch tatsächlich meine eigenen Jubiläen verpasst hier auf YouTube. Ich habe insgesamt, beziehungsweise ich habe am 19. November, habe ich exakt 1000 Videos auf YouTube hochgeladen. Das waren wahrscheinlich schon mehr, weil ich hier und da mal ein paar gelöscht hatte, so ein paar alte Dinger ungefähr. Und am 14. November habe ich 40 Millionen Views erreicht, geschafft, wie auch immer man das nennen mag. Eine unfassbare Zahl. Ja, wie ihr an der Überschrift schon gesehen habt oder gelesen habt, was habe ich aus über 1000 Uploads gelernt, mitgenommen oder sonst was. Darum soll es heute in diesem Video mal gehen. Ich weiß nicht, kann ich euch noch ein paar mehr Statistiken zeigen hier? Wir werden gucken, wo ich hier was rausdingern kann. Genau, gegründet wurde dieser Kanal am 16. September 2008. Und jetzt muss man mal wahrscheinlich einen Kilometer zurückspulen, also sprich nach 2008 hin. Dann hochgeladen. Die ersten Videos habe ich, glaube ich, erst 2011 oder so auf dem Kanal. Denn früher gab es ja noch 7Load. Das war, glaube ich, von ProSieben. Dann gab es noch Vimeo. Und man glaubt es kaum, die gibt es heute immer noch. Und ich weiß gar nicht, welche dritte Plattform es da immer noch gab. Und ich sage euch, damals Videos hochzuladen, das war schon mit sehr viel Schmerz verbunden. Denn einerseits gab es noch gar keine, gab es schon digitale Kameras? Ja, aber ich konnte mir damals keine leisten. Ich hatte noch echt noch hier mit diesen kleinen Kassetten. Was war das? Hi8 oder so, genau. Man musste dann damals das Ganze auf Hi8 aufnehmen und musste das dann digitalisieren. Also sprich am Rechner überspielen und dann hochladen. Und damals war die Auflösung, whatever, 360p oder so. Und damals war der Upload auch sehr, sehr viel mit Schmerzen verbunden. Ich weiß noch, meine allerersten Videos, habe ich das irgendwo hier noch hier, die waren teilweise 3, 4 Minuten nur lang. Da habe ich teilweise 7, 8 Stunden für gebraucht für einen Upload. Und wehe, das ist irgendwo abgebrochen, weil die Verbindung oder so weg war. Dann standst du ganz blöd im Regen da und musst das Ganze nochmal hochladen. Also alle Älteren, die kennen das, heutzutage ist das alles so Kindergarten. Selbst mit jedem banalsten Handy für, keine Ahnung, 69 Euro kannst du 4K oder Super-Full-HD-Videos hochladen und von unterwegs aus streamen und was irgendwie alle, was alles früher gar nicht möglich war. Ja, so ist es dann gekommen, dass ich dann 2008 den Kanal hier gegründet habe, aber noch nichts hochgeladen habe, weil ich einige Sachen auf Vimeo hochgeladen hatte damals. Das waren so, keine Ahnung, ich muss mal gucken, ob ich hier was von einem lenden kann. Ich habe nämlich 2008 auf Vimeo hochgeladen noch. Aber damals war es noch für cool. Damals waren ja die anderen Plattformen viel bekannter, würde ich mal sagen. Man kannte zwar YouTube aus den USA her, aber wie das so ist mit neuen Plattformen, wenn die neue Plattform da ist, dann rennen dann einige dann dahin, aber auch nicht alle sofort. Und so kam das, dass ich das halt eben nicht gemacht hatte. So, weiter im Statistik-Wusel hier. So, was kann ich euch noch erzählen hier? Ganz tolles. Insgesamt waren es eine Wiedergabezeit von 3,2 Millionen, was ist das, Stunden? Ja genau, 3,2 Millionen Stunden. Wow. Das ist schon eine ganze Menge. Und mein erfolgreichstes Video ist immer noch den McDonalds-Hamburger-Verein Euro besser machen. Das hat aktuell, was hat das? 1,27 Millionen Aufrufe. Das ist jetzt auch, wie gesagt, im YouTube-Universum früher war das mal arschviel. Heute ist das nicht wirklich viel, weil Videos mit einer Millionenaufrufweite schon viel weiter kommen. Aber ich glaube, ich bin da auch derzeit ein wenig voraus gewesen. Denn ich erinnere mich damals an noch ein paar andere Kanäle, die ich von damals erkannt habe. Also jetzt nicht YouTube-Kanäle, sondern halt eben Leute, die Videos produziert haben. Denn ich komme noch aus dem Blog-Zeitalter. Ich habe noch, ich weiß gar nicht, meinen ersten Blog habe ich 2006, glaube ich, aufgemacht oder so. Und habe mich da immer mit rum experimentieren. Und die Frage ist immer noch, oder das, was sich auch einige da draußen immer fragen, ist, lohnt es sich, einen YouTube-Kanal aufzumachen? Darauf kann ich nur antworten. Ja, lohnt es sich. Aber du musst schon einen tierischen Nagel im Kopf haben, dass du was machen willst. Weil, wenn du was machen willst, nur um Geld zu verdienen, dann mach es besser nicht. Weil das mit sehr viel Stress und mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Das habe ich auch in den letzten 1.000 Videos gemerkt. Ich weiß gar nicht, wie viele Tausende Stunden ich an Recherche oder irgendwie in anderen Sachen verbracht habe, im Prinzip. Und, weiß nicht, ich will das jetzt nicht in genauen Zahlen fassen. Aber ich sage mal so, wenn ich Catering mache, einmal, wenn ich einmal Catering mache, verdiene ich genau das gleiche, als würde ich jetzt einen Monat auf YouTube Videos hochladen. Und da ist YouTube-Videos machen erheblich aufwendiger, zeitaufwendiger und auch sonst wie aufwendiger, als wenn ich einmal Pommes Keros mache. Das ist für mich viel einfacher. Deswegen macht es eigentlich gar keinen Sinn, also wie gesagt, rein theoretisch, wenn ich das ganz nüchtern betrachten würde, müsste ich diesen Kanal vor 10 Jahren schon gelöscht haben, damit sich das lohnt. Also ihr seht, man muss schon einen richtigen Nagel im Kopf haben, dass man Videos macht. Und viele, genau, was habe ich gelernt aus den 1.000 Videos? Viele habe ich von euch da draußen kennengelernt. Also nicht nur andere YouTuber-Kollegen, die natürlich auch, aber viele von euch da draußen auch wirklich. Also weil die mich auf einem Catering getroffen haben oder wir uns so irgendwie im Leben begegnet sind. Und ich fand das super interessant und beziehungsweise das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich das immer noch mache und warum ich das immer noch gerne mache, weil ich so ein generelles Grundinteresse an Menschen habe und wie sie leben, wie sie denken, was sie machen, wie sie es machen. Und das finde ich grundsätzlich sehr interessant. Und deswegen durfte ich oder bin ich sehr dankbar, dass ich sehr viele von euch da draußen schon persönlich in Naturrein live kennenlernen durften. Und ihr mich vielleicht eventuell auch. Nicht nur beim Catering, auch sonst so halt eben, dass man da ganz ins Gespräch kommt. Und man lernt halt eben viele Sachen dazu. Wie gesagt, ich durfte ja zum Lukas in die Schweiz fliegen. Ich durfte nach André, nach Schweden fliegen, weil ich die da ja besucht habe. Dann, ich weiß gar nicht, wo ich noch mal war. Ich war da bei den Scissor Brothers, ich war bei 030, bei Bobby war ich in Berlin, war ich. Und wie gesagt, zig, hundert andere, die ich alle noch mit Sicherheit noch vergessen habe. Und das ist alles so, was es so toll und spannend macht in dieser interaktiven Welt, sage ich mal jetzt. Das heißt, ich produziere Inhalte für euch da draußen. Und dann hin und wieder gibt sich dann ein Kontakt, wo man dann sagt, Hey, komm mal vorbei, mach mal dies, mach mal jedes, mach mal welches. Und da haben sich schon wirklich viele gute, tolle Kontakte ergeben, wo man dann zusammengekommen ist. Und dann durfte ich ja noch den Thorsten von Johnny's World kennenlernen. Da waren wir ja dieses Jahr wegen dieser Klemmbaustein-Verteilaktion. Und genau, das ist nämlich auch der heutige Sponsor. Denn er haut einfach mal einen Supersportwagen raus, weil ich das von meinen YouTube-Millionen immer noch nicht geschafft habe. Und ihr könnt in den Kommentaren mal den Hashtag Superkar machen. Und dazu haut der Thorsten euch einen Supersportwagen raus. Und da kommt aber noch mehr. Aber das sehen wir dann in den nächsten Videos. AK, sprich, nee, morgen kommt schon das nächste Video. Ihr kennt das. Wir sehen uns morgen dann schon wieder beim Adventskalender. Wo t justice. Wiedersehen. Bis bald. 要,